Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hab euch versprochen, es wird einen Bilou-Nutzer Teil 2 geben und hier ist der. Ich hoffe, diesmal sehen meine Haare ein bisschen besser aus und keine Rechtschreibfehler. Viel Spaß! What? Das ergibt eindeutig zu wenig Taschengeld für die neuen Bilous. Mama! Und wisst ihr? Ich hab euch einfach gesehen und ich musste euch einfach kaufen. Pia! Mama! Du gibst so viel Geld davor aus. Verwendet es doch mal sinnvoll. Geh doch einfach mal raus und mach Party und besauf dich oder so. Aber nichts aber. Es reicht. Anstatt immer im Bett zu liegen. They ask you how you are and you just have to say that you're fine and you're not really fine and you just can't get into it. Hm. Immer wenn Bibi in der Stadt ist, ist sie bei einem Pappsteller in dem DM. Das heißt, wenn sie neue Sorten rausbringt und ich sie treffen möchte, muss ich einfach nach Köln und an einem scheiß Pappsteller. Oh ja! Woo! Also Frau Beauty Pill, ich hab da mal so ein paar noch Sachen rausgesucht für sie, falls sie ein paar Ideen brauchen. Also zum Beispiel Strawberry Cheesecake, Schokobrownie, Blueberry, Zuckerwatte, Marshmallow. Guter Design, dieser, guter Geruch. Aber ich kenne diese Mädchen. Wer ist das? Wer ist Bibi? Was, Bilou? Was? Das ist echt gut. Nehme ich mit. Frau Bibi, wie ich ihr den Aktien entnehmen kann, haben sie Millionen von Bilous verkauft. Wenn sie das mal hochrechnen, dann könnten sie Duschschaumkönigin sein. Wissen sie, was für ein Ausmaß das hat? Das ist fabulös! Frau Bibi! Ich weiß zum Geier nicht, was so toll ist an diesem Bilou und warum jeder nochmal so ein blödes Video drüber machen muss. Bilou Teil 2, die erste. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Nein! Äh, wie lang war ich jetzt weg? Ich meine, seit wann gibt es so viele Sorten? Danke an Bibi's Putenpalast. Ich meine Bibi's Beautypalast. Für diesen wunderschönen Duschschaum. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Und wie ich sage, bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sag was! Am ich gut zu sehen? Am ich gut zu sehen? Am ich gut zu sehen? Despacito. Ich habe dieses Lied. Gute Design. Gute Design. Gute Design. Bilou Klappe. Bilou Klappe. Was? Ist das der Maker? Bis zum nächsten Mal. Im Schiff zu sehen. vier Monate wow gut looking what